Herzlich willkommen zum nächsten Video und heute wollen wir uns mal Zappwitch anschauen. Drei Live-Fights in der Legende mit meinen drei Accounts. Mal gucken was rauskommt. Ich habe ja gesagt, dass ich hier viele viele Dreier mitmache. Und genau das wollen wir jetzt mal schauen. Also viel Spaß, wir gehen einfach mal rein in die Fights. Bis gleich. Fights Nummer 1. Los geht's. Schauen wir mal, was wir hier für eine schöne Bass bekommen. Super drei Multis. Das rockt natürlich. Na mal gucken, wir können hier unten auf jeden Fall erstmal einen Bombenturm, Magierturm, den Scalershot rausnehmen. Hier oben können wir mal gucken, sogar den Multi mit rausnehmen. Das wird auch was. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Beben drauf. Beben drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Das war nicht gut, aber nicht weiter schlimm. So, zum Rathaus wollen wir natürlich. Da geht's hier schön rein. Auch, dass hier der Scalershot stehen geblieben ist, ist nicht weiter schlimm. Den können wir dann locker rausnehmen. Hier drüben wollen wir natürlich so reingehen. Dass wir den Multi bekommen. Wir warten jetzt hier einen kleinen Moment, bis die Truppen etwas reingehen. Dann zünden wir definitiv den Boden, um hier alles zu schützen. Das sieht doch relativ gut aus. Den Royal Champion zünden. Jetzt geht's rein Richtung Rathaus. Wenn die ersten Hexen hier berührt werden, dann sofort den Frostzauber aufs Rathaus drauf. Der Royal Champion holt hinten raus, lockert den Multi. Das war der Plan. Das Rathaus ist raus. So, wo geht's weiter? Die Hexen laufen hier schön drumherum. Die Queen auf der rechten Seite. Mal gucken, ob wir hier... Da will ich nicht hin. Da will ich auch nicht hin. Ah, das ist natürlich super, dass jetzt alles außenrum läuft und nicht Richtung vom Multi. Das ist eine Katastrophe. Das heißt, die Truppen gehen nach und nach weg. Werden aber ein paar schöne Prozente. Das steht schon mal fest. So, die Queen läuft hier schön hinter ein paar Hexen her. Super. Setzen wir noch ein paar Mark hier außenrum. Um hier einfach noch auf ein paar Prozente zu kommen. Der Golem vorne weg. Ja, mit drei Multis ist natürlich richtig schwer. Hätte aber natürlich hier sein können, dass die Truppen mal reingehen zum Multi, den Multi rausnehmen. Aber so ist das manchmal. Die ersten zwei haben wir ja schön rausgenommen. Die Blitzzauber waren nicht ganz so toll. Hätte natürlich etwas besser sein können, dass der Skater schon am Anfang gleich raus ist. Aber so ist das manchmal. 89%, 90% hinten raus mit dem Magier. Sieht doch gar nicht so schlecht aus für den ersten Fight. Und dann gleich bei drei Multis. Das muss man erstmal hinbekommen. Sehr schön. So kann es weitergehen. Also schauen wir gleich mal zum Fight Nummer 2 beim nächsten Account. Los geht's. Nächster Fight. Nächstes Glück. Mal schauen, was wir hier haben. Superbase. Alles klar. Das heißt, wir können hier definitiv. Wir müssen es so freimachen, dass wir auch wirklich zum Rathaus kommen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Aber auch das bekommt man hier locker hin. 1, 2, 3, 4, 5. Bebenzauber, Bebenzauber. 1, 2, 3, 4, 5. Super, das hat geklappt. Jetzt gehen wir hier mit dem Royal Nine. Hier mit den Hexen. 1, 2, 3. Super, die Base ist auf. Es ist überhaupt nicht wichtig, ob jetzt die Hexen da reingehen oder nicht. Es ist wichtig, dass die Hexen nach oben laufen. Der King läuft wunderbar außenrum. Dann machen wir jetzt hier auch ein schönes Loch. Und jetzt geht hier die Ramme rein. Die Ramme läuft jetzt wunderbar Richtung Rathaus. Der King hier wunderbar außenrum. Wird jetzt noch gezündet, damit ich die Seiten wirklich frei habe. Jetzt laufen ein paar Skelette außenrum. Das macht aber nichts. Wichtig ist, dass jetzt hier alles in die Mitte geht. Die Ramme muss ein bisschen... Jetzt hat sie aufgemacht. Das heißt, jetzt haben wir kein Problem mehr hier zum Rathaus zu kommen. Frühzeitig den Worden zünden. Die Clanburg lenkt hier ein bisschen ab, aber das Rathaus sollte fallen. Jetzt, wo der Worden weg ist. Einige Hexen haben überlebt. Das ist super. Jetzt heißt es rein in das Compartment. Nimmt den Single raus. Super. Jetzt spielen wir hier noch den Kopfjägerin, um hier die Helden auszunehmen. Und dann haben wir, denke ich mal, ein paar gute Prozente geholt. Sicher das Rathaus geholt, was ganz wichtig ist. Jetzt geht es nur darum, laufen die Hexen vor der Queen, laufen die Hexen nicht vor der Queen. Und die Queen läuft sensationell bis hinter zum Single Inferno. Das ist natürlich richtig geil. Manchmal frage ich mich wirklich, was die alle so denkt. Aber schaut es euch an. Und wenn jetzt mal die Hexen mit außen rum gelaufen wären, wäre das hier ein Traum geworden. Ah. Aber da ist definitiv noch was drin. Manchmal könnte ich bei der Queen wirklich ausflippen. Sensationell. Warum läuft die nicht hinter den Hexen? Jetzt sind auf jeden Fall die Hexen wieder bei der Magierdorm muss da langsamer raus. Und dann könnte es definitiv hier noch eine hohe Prozentzahl geben. Habt ihr gesehen, wie ich am Anfang das gemacht habe? Ich habe extra die Blätze nicht auf die X-Bögen gesetzt, damit ich die Seite frei bekomme. Damit die Truppen wunderbar Richtung Rathaus ziehen. Das Wichtige ist hier das Rathaus rauszuholen, um mindestens auf zwei Sterne zu kommen. Und dann läuft es eigentlich zu 99,9 Prozent. Genauso wie ihr es jetzt gesehen habt. 89 Prozent lässt sich glaube ich sehen. Also gehen wir mal zu Fight Nummer 3. Dritter Fight, drittes Mal Glück. Ihr seht, die Truppen sind eigentlich zu 99 Prozent. Immer dieselben. Ah, wunderschön. Alles auf einen Haufen. Das Rathaus hier unten. Wie komme ich hier weiter rein? Ah, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Aber natürlich müssen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann schmeißen wir noch einen Blitz drauf und dann haben wir hier oben, das ist dann wunderschön für den Royal Champion schon mal vorbereitet. Und jetzt geht es rein ins Rathaus mit der Ramme. King, Queen, Worden. Worden zünden. Das Rathaus ist raus. Das ist super. Die Queen läuft außenrum ganz alleine. Das ist natürlich nicht so super. Machen wir hier mal den Hexen etwas helfen. Rein. Geht's. Dann geht's hinten wieder raus. Das läuft schon mal so einigermaßen. Jetzt muss man natürlich mal sehen, was man hinten raus macht. Ah, natürlich kommen da hinten die ganzen Tesseln raus. Super. Trotzdem will ich da natürlich reingehen, um mir den Single rauszunehmen, um hier eventuell noch ein paar Prozente zu holen. So, der Single kommt dann definitiv mit dem Royal Champion raus. Ne, das wird nichts. Ne, das wird nichts. Schnell noch den King zünden. Ah, das war nicht so richtig was. Aber die Base ist auch relativ lang. Hätte ich vielleicht Risiko gehen müssen, von oben reingehen sollen, um hier das Rathaus dann von oben zu holen, von oben quasi durchzulaufen. Aber das ist natürlich ein langer, langer, langer Weg. Aber auch wieder hier, ohne Probleme, 83% geholt. Kann man da, denke ich mal, mit zufrieden sein. Jetzt wollen wir uns am Anschluss natürlich noch ein paar Drei-Sterne-Fights anschauen. Also jetzt springen wir in die nächsten Fights. 83%, nicht so schlecht. Auf geht's hier mit dem nächsten Fight. Ihr seht die Base. Natürlich hier oben erstmal Ziel ist es wichtig, die Scatter-Shots rauszukriegen. 5 Stück, natürlich 7 Stück. Man will ja auch das. Die Clan-Burg raus haben. Und dann hole ich hinten noch mit den restlichen Blitzzaubern ein Compartment frei. Das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich gemacht, damit der Royal Champion von rechts reinlaufen kann. Und dann mit den Truppen in die Base reingehen kann. Jetzt hier ganz wichtig, natürlich die Golems vorne weg. Die Ramme, die Hexen hinterher. Die Heiler etwas suboptimal gesetzt. Genau in die Luftabwehr rein. Aber auch das ist kein Problem. Frühzeitig den Wurden zünden. Damit ihr das Rathaus nicht zu viel rausnimmt. Das definitiv. Die Truppen auch Richtung Rathaus ziehen. Hätte dann hier noch eventuell den Frostzauber für das Rathaus. Aber wie ihr seht, keine Hexe wird angegriffen. Das heißt, ich brauche da überhaupt kein Frostzauber. Jetzt kommt von rechts der Royal Champion. Die Mauerbrecher sind dazu da, den Hexen hier zu helfen, schnell in die Base reinzukommen. Nicht überall das so gelaufen, wie ich das geplant habe mit den Mauerbrechern. Aber ihr seht schon richtig viele Compartments offen. Die Queen läuft oben rum. Der King läuft unten rein. Und durch die Blitzzauber hier auf der rechten Seite schaffe ich es, den Royal Champion auch wirklich Richtung Adler zu lenken. Ganz einfach. Jetzt laufen die Truppen hier wunderbar zusammen. Die Queen natürlich da oben etwas vor den Hexen, was nicht so schön ist. Der Royal Champion mit dem Frost hier geschützt gegen den Single Inferno. Jetzt frühzeitig gezündet, dass der Single Inferno wirklich rausgeht. Und das war es dann auch eigentlich schon. Lockere drei Sterne geholt. Das erste Mal, dass ich die Base angegriffen habe. Mit Zepwitsch definitiv. Und trotzdem schaffe ich es ohne Probleme hier die drei Sterne zu holen. Schauen uns jetzt natürlich noch ein paar weitere an. Jetzt geht es ja hier nur noch ums Aufräumen. Ganz easy geholt. Also springen wir mal zum nächsten Fight. Und die nächste Base. Auch hier geht es wieder darum, wie bekommt man zum Rathaus. Ich blitze erstmal schön die Seiten mit den Skitter-Shots weg. Mach dadurch einen richtig schönen Tunnel. Könnt ihr ja jetzt schon sehen, wie breit die Base eigentlich ist. Aber ich schaffe es sie mit den Blitzzaubern richtig schmal zu machen. Auf der rechten Seite spiele ich den Royal Champion, dass der in die Mitte zieht. Auf der linken Seite den King, der soll die komplette Seite frei machen. Die Hexen spiele ich etwas breiter. Um auch wirklich die Truppen in die Mitte zu ziehen. Hier muss ich relativ früh den Royal Champion zünden, um den Single Inferno rauszunehmen. Um die Ramme zu schützen. Funktioniert nicht ganz. Das heißt, ich muss hier auch noch den Frost sauber aufwenden. Wichtig ist, dass die Ramme da durchgeht. Die muss einfach rein. Schade, dass die Golems außenrum laufen. Aber auch das ist kein Problem. Schaut es euch an. Eine Hexe außenrum mit einem Magier dahinter. So viele Skelette mit dabei, die hier richtig fett aufräumen. Der King, wie gesagt, richtig schön dabei. Und jetzt geht es rein Richtung Rathaus. Kann nichts mehr machen. Mit meinen Helden da drin. Kann natürlich die Queen noch zünden, den King noch zünden. Aber jetzt geht es darum, das Rathaus darf nicht auf die Hexen gehen. Weil auch keine Heiler mit dabei sind. Aber schaut es euch an. So viele Hexen, die schön in die Mitte gelaufen sind. Holen das Rathaus ohne Probleme raus. Die gegnerische Hexe kann da natürlich nicht viel machen. Und so einfach kommt man dann auf die 3 Sterne. Wichtig ist ja hier, hohe Prozente 2 Sterne zu holen. Aber auch das reicht natürlich manchmal nicht auf. Schaut euch an, wie wunderschön die Hexen mit der Queen da zusammen durch die Base laufen. Und dann kann man da natürlich relativ easy auf die 3 Sterne gehen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich hier richtig, richtig viele hohe Prozente und auch 3 Sterne Fights hinbekomme. Das schafft ihr definitiv auch. Ein paar Sachen muss man natürlich beachten. Wie die Base hier mit den Blitzzaubern so schmal zu machen. Also, dass man auch hier wirklich eine Chance hat, dass die Hexen zusammenbleiben. Das ist ganz wichtig. Und dann kriegt man hier dann locker auch 3 Sterne. Also springen wir mal zum nächsten Fight. Also eine wunderschöne Ringbox, keine Ahnung, Base. Auch hier die Blitzzauber natürlich auf die Scattershots drauf. Die Multis sind raus, was will man mehr. Hier mit Absicht das Rathaus aktiviert. Und auch hier kommt von links der Royal Champion. Soll hier die Seite etwas freimachen. Hab mich hier entschieden den Golem vorne wegzuschicken, um die gegnerische Queen schon mal rauszunehmen. Mit ein paar Hexen dahinter kann man natürlich wunderschön die Seiten freimachen. Die Hexen ziehen nach oben. Die Skelette nehmen die gegnerische Queen raus. Was will man mehr? Das gleiche auf der rechten Seite mit dem King vorne weg. Und dann sollen da natürlich die Skelette von unten gerade reingehen in die Base. Der King zieht nach rechts, holt hier den Royal Champion. Schaut euch an links die Skelette. Wie wunderbar hier die die Base schon vorbereiten. Richtig schmal machen. Einfacher kann es gar nicht laufen. Die Base ist wirklich so simpel. Schaut euch an. Die Heiler hier wunderbar mittig gesetzt, dass sie hier hinter den Hexen bleiben. Und dann geht es hier wunderbar Richtung Rathaus. Hier spiele ich erst den Frost. Lass den Weg zum Rathaus aufgehen. Wenn dann wie gesagt die ersten Skelette Hexen irgendwie angegriffen werden, muss man den Boden zünden, um hier auch relativ schnell das Rathaus rauszunehmen und so viele wie mögliche Hexen natürlich zu behalten. Jetzt geht es hinten eigentlich nur noch ums Aufräumen, da ich ja schon die Multis rausgenommen habe, kann hier eigentlich nicht mehr viel passieren. Also hohe Prozente sind dann definitiv immer drin. Jetzt muss man aufpassen, dass hier nicht irgendwie die Queen durch den Single rausgenommen wird. Aber auch das schafft man natürlich bei so vielen Skeletten ohne Probleme. Jetzt hat man hier noch zwei Bombentürme, die Magiertürme. Die müssen natürlich so schnell wie möglich rausgehen. Wenn man das schafft, hat man kein Problem hier irgendwas zu machen. Die Queen kann hier erstmal in Ruhe durch die Base laufen, muss noch gar nicht gezündet werden. Hinten raus natürlich, um hier etwas schneller voranzukommen. Aber auch das schaut es euch an. Die Hexen ziehen dann natürlich raus mit den ganzen Skeletten vorneweg. Nur noch der Magierturm und hier der Minenwerfer, der irgendwas ausrichten kann. Aber bei der Anzahl von Truppen kann da natürlich nichts mehr machen. So easy ist es dann, auf drei Sterne hier zu kommen. Jetzt wollen wir uns aber natürlich nochmal einen wunderbaren Fail anschauen. Hohe Prozente, kein Rathaus. Aber auch das passiert. Ich gehe auf volles Risiko in meine Legende. Will natürlich alles austesten, um irgendwie drei Sterne zu bekommen. Im CW, da wird dann richtig geplant, um auch wirklich sicher auf die drei Sterne zu kommen. Also auf in den nächsten Fight. Der nächste Fight. Die Base oder die ähnliche Base kennt ihr definitiv. Auch hier geht es wieder darum, die Scatter Shots rauszunehmen und so viel frei zu machen, dass man dann wunderbar mit den Truppen reingehen kann. Ich hätte ja definitiv von unten reingehen sollen. Entscheide mich aber von oben rein zu gehen, um gegen den Adler direkt vorzugehen. Der Royal Champion von links, der King auf der rechten Seite. Was ich aber nicht schaffe, ich schaffe es nicht, den King in die Mitte zu holen. Hätte hier definitiv vorher erstmal einen Golem spielen sollen. Ein paar Hexen dahinter, um die Seiten frei zu machen, dass der King dann auch wirklich reingeht. Jetzt kommen von oben, wie gesagt, die Hexen. Und ihr seht schon das Problem. Hier die ganze Reihe. Mit Magerturm, mit Bogiturm. Den ganzen Lagern. Da zieht natürlich die Hexe nach rechts und nicht in die Mitte. Der Multi tut sein Übriges dazu. Jetzt geht es, wie gesagt, rein in die Mitte. Aber dadurch, dass die ganzen Lager da auf der Seite stehen, hat man natürlich überhaupt keine Chance, hier irgendwas Richtung Rathaus zu bekommen. Hinten raus ein Multi, da vorne ein Multi. Das ist natürlich richtig, richtig hart. Hätte ich hier definitiv etwas anders spielen sollen. Versuche hier noch irgendwas zu reißen. Aber die Skelette ziehen leider meine Yetis da raus und sie können nicht das Rathaus holen. Sehr schade. Auch hier wieder hohe Prozente. Aber das Rathaus ist nicht gefallen. Passiert. Muss man aber definitiv daraus lernen. Ich habe daraus gelernt, weiß jetzt, dass ich dann von oben anders mit dem King vorgehen muss, um die Seite freizumachen, wenn die Queen in die Mitte läuft. Ein, zwei Mal aufs Rathaus schießt, dann ist das Rathaus raus. Dann fällt auch hinten raus der Multi und dann hat man dann keine Probleme mehr. Auf die drei Sterne oder auf mindestens zwei Sterne mit hohen Prozenten. So kann es aber sein. Das soll es aber auch definitiv gewesen sein für dieses Video. Sonst wird es einfach viel zu lang. Wenn ihr mehr von den Zepfisch sehen wollt, sagt Bescheid. Dann kommt natürlich noch ein Video. Aber wie gesagt, hier hohe Prozente leider nicht das Rathaus, weil ich einfach versäumt habe, die Truppen in die Mitte reinzulotsen. Aber so ist das. Wir lernen draus. Also wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.